Marco, magst du uns einmal eine Klappe geben? Bist du soweit, Patrick? Ja, ich bin soweit. Klasse. Das war der Wache gesehen. Tor! Was für ein Kracher! Jawohl! Da ist es! Und wer macht das vor? Marco, du hast beim letzten Mal, der letzten Folge 4 von 5 erraten. No! Puff. It´s Movo! Schaffst du das normal oder schaffst du alle? Sky is the limit. Und ich? Carl, du hast letztes Mal 5 von 5 gestellt. Musst du schon wissen, ne? Schaffst du das normal? Nein. Dann ist hier das erste Spiel. Oh, der zappt mich komplett, ey. Schlotterbeck 1,0. Schlotterbeck 1,0. Wann hast du Schlotterbeck 1,0 gemacht? Aha! Ich glaube, ich weiß es. Schlotterbeck 1,0. Also. Oder? Ich glaube. Wann soll das gewesen sein? Das war auf jeden Fall letzte Saison, oder? Oh nein, niemals. Ich hab Ansonstorzeigen. Hey. Ich glaube, ich weiß es. Oder? 5,1. Oder? Ich glaube schon. Boah, ich hab keine Ahnung. Kannst du dich an das Spiel erinnern? Ich glaube, ich weiß nicht. Vielleicht hab ich auch das falsche Spiel im Kopf. Doch, doch. Ich glaub, ich hab das richtige Spiel. Das hat er so gemacht gemacht. Er hat gejubelt, obwohl er da gespielt hat. Ja, sehr. Ah, okay, ja. Aber ich weiß nicht mehr, wer es heute toll gemacht hat. Ja, mach einfach irgendwas dran. Keine Ahnung. Also, du warst nicht. Wer hat getroffen? Brandt hat getroffen. Gio. Ich hab's recht nie gedacht. Ja. Dann zeig mal. Ey. Oh, ja. Hä? Du. Oh mein Gott. Nein. Haben wir da 5,1 gewonnen? Nein. Nein. Ist das peinlich. Ist das peinlich. Hast du auch an Süle gedacht, wo er mit dem Fuß reingemacht hat? Mit der Flanke? Ja. Schon, oder? Ey, ist das peinlich. Was? Tussar. Weißt du's hundertprozentig? Ja, ich lass auf. Oder? Nein. Ich bin nass. Ich bin richtig schlecht gerade. Soll ich euch beiden einen Tipp geben? Ja, gerne. Sehr schöne Trikots getragen an dem Tag. Sehr schöne Trikots getragen? Dann war das gegen ... Berlin? Union? Nein. Hertha, Bruder. Das 1-0 hab ich gemacht. Dein Assist, wo du geschossen hast. Gepasst hast, sorry. Glaub ich. Haben wir da 4-1 gewonnen? Nein, da hast du nicht das erste Tor gemacht. Doch. Ich glaub schon. Ah, du hast das 2-0 vorbereitet, ne? Von Donny. Das hab ich da gemacht. Verletzt raus. Und das 3-1 hat das 3-1-Doppelpack. Fertig. Dann zeigen wir. Oh, schade. Freistoß. Nein! Yes, Sir. Here we go. War ganz okay, das Tor. Gott sei Dank, ey. So schlecht. Super drauf. Huh! Wie ist es? Oha! 1, 2, 3, 4. Da hab ich echt keine Ahnung, sagt dir mit Herz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaub einer hat Doppelpack gemacht. Bin ich mir aber nicht sicher. Ne? Wer hat das toll gemacht? Wer hat das toll gemacht? Ich hab malen, vielleicht Doppelpack? Ja. Komm her. Komm mal rein, komm mal rein. Ach, leer. Stimmt. Ich hab gesagt doch ein Backmann. Nein, einmal auch nicht. Scheiße. Wieso? Ich war zwischen Haner und Mal. Ich kann mich nicht konzentrieren. Nein. Aha. Der hat doch nie zum Glück noch getroffen, ey. Richtig, ne? Jo. Wie steht's? Was ist mein erster Punkt? War das mein erster Punkt? War das mein erster Punkt? War das mein erster Punkt? Macht echt gut, ne? Muskeln waren zwar dann auch. Einmal messen. Einmal messen. Einmal messen. Schlag. Einmal messen. Geht drauf hin. Leicht erst getroffen, oder was? Hm. Ich werde dich echt mit zuschliessen. Ich habe keine Chance auf einen späten Ausgleich jetzt. Ja. Okay. Schlotter, ey. Reiß. Ah. Nein, falsch. Was? Falsch. Nein. Ich würde es lieber ändern. Nein, nein. Überleg nochmal. Überleg nochmal. Ehrlich, bist du sicher? Falsch. Alles gut. Zeig. Was? Brand. Skipper. Wow wow. Wow wow Skipper. Skandal. Ey, jetzt hab ich nie mal gesehen. Super Aschicht. Okay, das war jetzt so einfach, Männer. Super Aschicht. Ich dachte, der macht mal von 2002 oder so. Da wurde ich geboren, wo du denkst, ich kenne dich bitte. Das war's. Das war's. 3-2. Handshake. 3-2. Ist doch 4-3 ausgegangen oder nicht? Mhm. Das war's. Das war's. Das war's. Was war's. Wann den disappointinger und rin羞 sich darunter? Untertitelung des ZDF, 2020